Die alte Mesitli Grundschule, auch bekannt als Tashmektep, so alt wie die Republik, die 1999 geschlossen wurde, wurde restauriert und ins gesellschaftliche Leben gebracht. Das als Museum eröffnete Gebäude bietet mit seiner historischen Struktur einen Mehrwert für die Stadt. Die Schule mit der Architektur der Republik wird häufig von ehemaligen Schülern besucht. Ein lächelnder Lehrer, der Tausende von Menschen erzieht. Tashmektep Untertitelung des ZDF für funk, 2017